Ja und damit hallo liebe Freunde der Spielkultur und herzlich willkommen bei Let's Play Bro Bro Force mit Frag Dealer und Molesting Betty, aber ich glaube es ist ein Let's Test oder? Ja es ist ein Let's Test auf jeden Fall, ja Let's Play, Let's Test, egal, Let's Go, wir müssen hier, also auf jeden Fall Bro Force neu erschienen gerade über Steam, super cooles kleines Multiplayer Spiel, was man an einem Rechner zusammen spielen kann, ich würde mal sagen, wir legen sofort los, Molesting Betty und ich zocken. Einführungsvideo, richtig geile 8 Bit Optik, so jetzt müssen wir erstmal rauskriegen, wer von uns wer ist, so, ah ich bin der kleine Dings, so, du bist Blade, das heißt du hast keine Schusswaffe im Moment, ist ja scheiße. Okay, das heißt ich bin Nahkämpfer. Genau, also hier müssen wir jetzt, wie gesagt, wenn du gegen die Wand drückst, dann hält er sich automatisch fest und dann kann man so hoch springen, genau. Ja, einfach springen und dann mit D gegen die Wand laufen, dann hält er sich automatisch fest, genau. Das hier sind immer die Checkpunkte, so und jetzt siehst du schon, da oben sind jetzt so explosive Sachen, hier kriegst du einen neuen Charakter, nehm mal den, dann kannst du auch schießen. Geh einfach hin, genau. So, jetzt kannst du auch schießen. Und wenn ich, genau. Wenn ich mir jetzt mit Geiber oder was. Genau, du kannst halt alles kaputt machen. Ah. Mich kann man auch. Wo bist du? Hä? Ich bin irgendwie vor. Du bist gestorben, oh nein, die Explosion. Du hast mich erschossen. Nein, wir haben keinen, die Explosion hat dich getötet oder was? Ja, sorry, ah, da bist du, da bist du, du musst hoch springen gegen die, an die Leiter. Boah, was? Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Spielen wir miteinander oder gegeneinander oder? Ich bin gestorben. Du bist auf jeden Fall gestorben, aber wir sind weiter. Okay, let's go. Ja, warte mal auf mich. Ich bin jetzt bled. Komm mal her, kann ich dich töten? Nee. Also scheinbar die Explosionen können uns töten, da müssen wir aufpassen. So, wow, wow, ich bin gestorben. Du bist auf dich allein gestellt, let's go. So, du musst nach rechts, glaube ich. Nach rechts. Ja, wie komme ich denn noch? Nach rechts. Du kannst alles kaputt schießen, schießt die Wände kaputt, schießt dich durch die Wand. Genau, geh rüber. Yeah, let's go. So, da drüben, wo 1 plus steht, kannst du mich, glaube ich, wiederbeleben. Da, diesen Käfig, wenn du den Typen rettest, schießt dich durch. Andere Richtung? Ja, ich weiß schon, aber es ist sau schwer. Das ist schwer? Ich bin Konsolentyp, ich spiele nicht gerne mit dem PC. Okay. Und es ist für mich sehr schwer, die Koordination gleichzeitig zu schaffen. So, meine Nackernwaffe ist Dynamit. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, hier so hochhangeln, oder? Kommen wir da hoch? Ne, da kommen wir nicht ran, aber ich komme hier ran eventuell. Ja, na toll. Dann lass mal weiter nach hier gehen. Lass mal mal gucken. Ah, hier, hier, hier. Hier kommen wir bestimmt hoch, oder? Ne. Okay, da müssen wir wohl da rüber, oder? Schießt uns mal den Weg frei, genau. So, und jetzt können wir nur drüber... Ist ein bisschen wie... Ist ein bisschen wie? Wie heißt das, was so ähnlich wie Minecraft ist? Ich weiß nicht. Meinst du, wie das... Starbound? Starbound, ja, so ein bisschen von der Optik her. Ich soll mir mal einfach probieren, rüber zu springen und uns drüben festzuhalten. Soll ich's machen, damit nur einer stirbt. Ja. Das klappt nicht, man kommt da nicht rüber. Wir müssen irgendwie hoch. Okay. Wir müssen irgendwie rüber. Du bist jetzt oben. Ne, ich bin tot. Du bist auf dich allein gestellt. Du schaffst es. Hm, du musst nur hin und her und rumspringen. Geh mal nach links. Geh mal nach ganz links. Okay, da kommen wir nirgendwo hoch. Ja, fuck, dann töd dich einfach. Wir machen's nochmal. Wir kommen so nicht weiter. So, okay. Let's go. Mission failed. Oh mein Gott. Ja, wir haben null Leben. Ja, aber dafür sind wir jetzt... Jetzt Vorsicht. Vorsicht, nicht einfach losrennen, weil die Brücke hier, die stürzt ein. Und jetzt nicht kaputt schießen dort, ansonsten kommen wir nicht rein. Du musst jetzt da hochklettern. An der Wand. Rechts an der Wand hochklettern. Okay. Weißt du, weil sonst, wenn wir uns jetzt hier wieder in die Wand reinschießen, wie das letzte Mal, dann kommen wir hier nicht wieder rein. So. Kommt, perfekt. Ich mach mal die Leute hier oben platt. So. Da oben ist ein, den wir befreien können. Ich wechsle... Willst du einen anderen Charakter... Ne, du hast die Schrotflöte, die ist eigentlich gut. Ich mag den Typen nicht so. Ich wechsle mal. Nice. Willst du einen anderen Charakter? Hier unten ist noch einer. Ne, der ist gut. Nice. Man in Black... Bro in Black. So, mal schauen wir... Oh, fuck. Ich bin gestorben. Oh, ich bin gerade... Hol mich mal, belebe mich mal wieder. Danke. Ich bin fucking Blade. Ich hasse Blade. Boah, ist so... Ist fummelig, gell? Ja, ist so schickig, wenn man mit Leer die Treppen hochkommt. Aber die Wände muss man mit D hochspringen. Ich mach mal... Oh, Vorsicht. Du bist gestorben. Aber ich hab... Ich hab das selbe geschafft. Okay, ich bin... Hey, du musst doch nicht warten. Du springst immer weg. Achso, wir müssen zu zweit springen, oder wie? Du bist dumm. Es tut mir leid. Ich kenn doch das Spiel auch nicht. Ich weiß doch nicht, wie das funktioniert. Okay, ich bin wieder der blöde Typ mit dem Feuer... An der Wand festhalten, genau. Hallo. Okay, let's go. Ich muss hier hoch. Wow, wow, wow. Vorsicht, lass dich davon nicht treffen. Das tötet uns. Oh, ich werd den Feuertypen endlich mal los. Yeah, ich bin Rambo. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hoch, oder? Oben lang sieht besser aus. Warte, ich schieße uns mal hier den Weg frei, dann können wir da hoch springen. Ich schieße gerade den Weg. So. Perfekt. Du musst immer wieder die Leertaste drücken. Ach, die Dinger kann man sogar schieben. Kommst du hoch, oder? Ja, wohl. Muss ich dir ein bisschen Platz machen. So, jetzt kannst du... Kommst du hoch wieder? Du musst wieder die Leiter nehmen. Sehr lang. Und jetzt gegen die Wand dort. Ich springe da einfach genau so. Und jetzt hier dagegen. Ja, genau, genau, genau. Leert hast du. Ja, genau. Und jetzt kannst du springen. Genau, und jetzt oben durch. Genau, nice. Okay. Uh, wie kommen wir da hoch? Das wird hart. Ich will da. Oh mein Gott, ist das schwierig. Ja, das wollte ich gerade sagen. Man kann den Block wegschubsen, dann kommt man da hoch. Warte, vielleicht komm ich da. Jetzt, man kommt hier dran. Ne, man kommt da nicht dran. Man muss hier hoch. Und dann hier hin. So. Vielleicht, äh, wir haben doch auch Granaten oder so, ne? So, ich glaube, jetzt machen wir mal den Weg frei. Dann können wir jetzt nämlich hier rü- Ne, wir kommen da noch nicht rüber. Ist halt dran. Wie kommen wir denn da hin? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Können wir irgendwie eine Granate hochwerfen oder so? Hast du Granaten noch? Wir haben beide noch Granaten. Ne. Warte mal. Ich habe eine Nahkampf-Artage hoch. Mach mal rechtsklick. 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 Mach mal rechtsklick. Okay, und mittlere Maustaste? Ah, da sind die Granaten. Ach, fuck. Ich bin gestorben, aber du kommst jetzt da oben durch. Schieß den Block kaputt. Oder schubst ihn runter. Genau. Jetzt kommst du da hoch, aber lass dich nicht töten. Du musst dich jetzt erschießen. Schieß. Okay, schaffst du es da rüber irgendwie? Gegen die Wand. Yeah, nice. Okay, super. Jetzt müssen wir nach rechts. Wir kommen voran. Nein. Oh, gerade so geschafft. Aber wir können uns hier von unten rein sneaken. Nice. Wow, ich bin Man in Black. Alter Schwede. Hier geht ein Man in Black ab. Danke, das wäre perfekt, dass du nach links gegangen bist und nicht nach rechts. Also haben wir nämlich vorsichtig. Lass dich nicht erschießen, wenn wir dich einmal treffen. Genau, das waren die Elemente von denen. Ich meinte, die sind so ein bisschen wie Tiny Thief. Wenn das so explodiert. Hol dir mal den Special Charakter da. Unten im Gefängnis. What the hell? Warum nicht? Was sind voll die Ops? Da unten gibt es... Du kannst dir da unten ein Leben freischalten. Da unten. Du musst den Käfig kaputt schießen. Wenn ich es mache, dann ist es mein Leben, weißt du? Deswegen warte ich jetzt. Genau, und jetzt einfach rüber schießen. Und jetzt den Typen werden. Nice. Jetzt bist du der... Ah, der ist kacke, der Typ. Aber wir haben das Level, glaube ich, fast geschafft. Was? Die Dinger hier nicht in die Luft jagen, weil du dann stirbst. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Treppe nach unten. Oh, fuck. Okay. Ah, hier ist das Ziel. Komm. Komm ich denn runter? Hä? Kommst du her? Einfach runter, S. Okay. Genau. So, jetzt Achtung auf... Warte, ich muss jetzt mal schauen, was bei mir springen lässt zu schießen. Okay, auf drei. Achtung. Eins, zwei, drei. Ja, nice. Nice. Saugeil. Saugeil, das war besser. Ja, wir werden besser auf jeden Fall. Das war ein richtig gutes Spiel. Ja, wir haben das Spiel auch vorher noch nicht gespielt, deswegen nicht überrascht sein. Ich gehe da jetzt spielen nie am Computer. Wenn er macht, ist der Frag-Dealer und das ist auch gut so. Willst du den Nahkampftypen oder willst du einen neuen? Einer von uns kann sich hier einen neuen holen. Nice. Vorsicht. Uhu. Yeah, wen hast du freigeschaltet? Snare-Brushin. Ah, Snake. Okay, wir gehen hoch. Gehst du links und ich rechts. Vorsicht, der Typ. Oh mein Gott. Oh, ich bin gestorben. Echt? Ja, Explosion. Warte, ich kann dich retten. Ja, der wollte er. Da bist du, du bist wieder da. Ja. Let's go. Lass die Typen hier oben platt machen. Haha, wie ist hier alle Blätter? Nice, da oben ist noch einer. Bam, hier alles explodiert halt. So, Speicherpunkt. Vorsicht. Ohoho. So. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir es auf drei machen. Also, eins, zwei, drei. Hey. Nein. What? Auf drei. Du bist früher gegangen. Na, auf drei heißt bei drei springen, oder? Hey, aber wir sind gut durch das Level gekommen. Wir haben es langsam richtig drauf. Ich bin tot. Gut durchs Level gekommen. Okay. Mann. Ich bin der Scheiß-Tipp mit dem Warten. Soll ich denn erstmal ein Geschenke hinwerfen? Hier gibt es einen neuen Charakter. Warte. Den will ich haben. Ah, nice. Ich bin Rambo. Oh, Vorsicht da unten. Da hättest du dich fast umgeholt. Boah. Du hast mich getötet. Nein, du bist tot. Du hast mich getötet. Vollidiot. Hä, nein. Ich hab dich gar nicht getötet. Du musst aufpassen, wo du deine Scheiß-Bomb meldst. Ich hab gar keine Bombe. Nein. Oh, das war so knapp. Hast du es gesehen? Ich muss dich da retten. Wie komm ich da hin am besten? Hier hoch. Ja, springen. Genau. Und jetzt leer. Ja, okay, nein. Ah, jetzt. Ah, hallo. Okay. Vorsicht, das sind Explosives vor dir. Boah, der Oma ist ein Selbstfreund-Attentäter. Nein. Okay. Ich rette dich. Da, hier. So, let's go. Vorsicht, hier oben sind Typen. Oh, da kommt immer mehr raus. Komm mal her. Danke, du hast mich gerade erschossen. Wie denn? Wie hab ich dich erschossen? Nein, der Typ, der Typ explodiert. Siehst du das? Die Typen explodieren, wenn sie runterfallen. Deswegen bist du gestorben, nicht ich. Ich kann dich nicht erschießen. Ich hab kein Leben mehr. Wir müssen hier weg. Du musst dich irgendwie wiederbeleben. Wo kann ich dich wiederbeleben? Kannst du nicht. Doch, doch. Ich kann nur leben. Doch, doch. Wenn ich so ein Weg... Wenn ich so einen Typen rette, kann ich dich wiederbeleben. Was ist das, was das ist? Wenn ich so einen Typen rette, kann ich dich wiederbeleben. Ja, die gibt's ja nicht mehr, weil ich nur ein Leben hab. Da unten vom Hund geschützt. Fuck! Okay, ich lebe noch. Der Wichse. Ja, genau so. Nice. Haben wir ihn getötet. Da ist ein Bienenstock. Pass auf. Ich spiel dich jetzt hier unten. Oh, fuck, der Bienenstock. Der Hund. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Hund. Ja, ich spring rüber. Ich spring rechts. Nee, ich will ja den... Ich will ja dich hier unten retten. Ja, aber spring trotzdem rüber. Der Hund beschützt dich. Was? Nein! Ich hab dich noch gerettet. Let's go. Oh, oh, oh. Wir müssen hier hoch. Scheiß Hund, ey. Wir müssen hier rechts hoch. Oh, was für ein aufregendes Spiel, oder? Oh, oh, Vorsicht. Die Typen dort. Wie er mich verschießt. Oh mein Gott. Einen Schuss halt. Du hast einmal getroffen und bist halt tot in diesem Spiel. Das ist halt eiskalt, ne? Pass auf. Der ist überexidiert, genau. Wow, das brennt schon. Hier bist du. Vorsicht. Achtung. Okay. Hier können wir uns einen neuen... Soll ich reingehen, oder willst du reingehen? Warte jetzt. Ich glaube, wir haben alle. Okay, lass mal den Typen hier noch befreien. Nice. Boah. Alter, alter, alter Schwede. Ich hab so den Rücken. Das ist der Terminator. Ich bin Arnold Schwarzenegger. Boah. Man darf das Ding halt echt nicht zu lange... Nein. Hey, ich bin gesprungen. Du bist runtergefallen, ja. Ach du Scheiße. Nein, ich hab's leergedrückt. Cheese, cheese. Oh mein Gott. Wo bin ich? Du bist noch tot. Boah. Ich hab auch keine Leben mehr. Verdammt. Fuck. Das ist echt... Nochmal. Das ist echt fubbley. Boah. Ja, wirf mal runter. Genau. Perfekt. Nice. Willst du einen neuen Charakter? Ja. Da ist einer. Boah, ich hab Bamboo jetzt. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Vorsicht, nicht nach hinten schießen, ne? Mach lieber du mir. So. Vorsicht. Achtung. Geh weg. Achtung. Vorsicht, die explodieren. Der Wagen, der Wagen. Okay, wir haben sie. Wir haben sie besiegt. Wir haben beide überlebt und alle sind tot. Okay. Oh. Vorsicht, das sind auch Sprengstofftypen, die explodieren, ne? Oder werf du mal. Spring hoch und werf. Die Typen explodieren auch alle. Vorsicht. Lauf weg. Nice. Ich halt sie zurück. Ich bin gestorben, du bist auf dich alleine. Okay. Lauf mal weiter. Yeah. Warte, nein, Massaker. Okay, er wird nicht kleiner. Okay. Vorsicht, da oben die Typen. Da ist der Endgegner schon. Lass dich nur nicht treffen. Geh nur hoch und mach sie platt. Am besten mit Nahkampf, oder? Einfach hinlaufen, Nahkampf. Schnell. Nahkampf, Nahkampf. Ah, nein. Ich sag's noch ganz, die ganze Zeit. Wieso Nahkampf? Ja, weil die Bombe zu lange dauert. Das war eh ein scheiß Charakter. Ich will einen anderen. Siehst du, man schafft das nicht so. Das ist schon krass. Man kann sich seinen Charakter am Anfang nicht aussuchen, weil es geht darum, dass man alle möglichen Charakter einfach mal... Dann hol dir den. Erstmal den anderen. Weil du hast jetzt einen Flammenwerfer. Dann befreie den hier und hol dir den anderen. Weg da, weg da. Shit. Kann ich noch beleben, warte. Okay. Du hast auch einen guten... Ah! Oh, lecker. So, Vorsicht. Schieß mal. Ja, genau. Schieß mal von hier. Dann können wir nämlich da drüben den Typen schon... Okay, warte. Vorsicht. Ich fette jetzt einen runter. So, ist der Typ da drüben nämlich schon tot. So. Und wir können hier hochklettern. Nee, der ist nicht tot. Okay, let's go. Ich hab ihn. Du bist runtergefallen. Ich hab ihn selbstmord gesprungen. Nein! Und ich hab wieder die ganzen Pisser hier, oder was? Nein! Nein, komm jetzt auch runter. Oh nein. Ja, weil ich die Typen kriegen wollte. Scheiße. Scheiße, mach mal die... Oh, du hast Arnold. Vorsicht, du musst gedrückt halten. Ah, okay. Der ist saustark. Also, du hast ihn kaum unter Kontrolle, ne? Ich geh runter. Du musst vor. Oh, Vorsicht. Willst du Arnold haben, oder? Du hast mich getötet und gleich wiederbelebt. Nee, du hast uns beide getötet und nur dich wiederbelebt. Nee. Du hast... Doch. Ich hab mir nur neun Charakter genommen. Du hast Snake. Das wird nix. Man kann keinen Doppelsprung im Spiel. Das nervt. Ja. Ja, wie dachte ich das jetzt? Ja, runter mit Nahkampf. Also, runter rechts, klick den Typen toten und dann nach rechts schießen. Runter gehen. Wenn du unten bist, rechts klick. Runter, rechts klick und jetzt nach rechts schießen. Genau. Perfekt. Lass ich mich erschießen. Du musst da weg. Oh, spring, spring, spring. Lärd hast du. Oh mein Gott. Nochmal. Nice. Nochmal. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde mir erstmal nach links den Weg freimachen, oder? Oder willst du... Okay. Jetzt schieß, schieß nach links. Nach rechts, meine ich. Oder nach rechts. Weil da jetzt die ganzen Typen sind. Die sind jetzt alle runtergefallen, oder? Kannst du jetzt abknallen. Vorsicht, schieß dir die Brücke nicht kaputt. Nice. Okay. Schieß. Ja. Oh, perfekt. Werfenbombe. Granate. Mittlere Maustaste. Okay, warte. Mittlere Maustaste. Nicht so nah. Du bist zu nah. Ich sag's nur. Perfekt. Auf den Truck drauf und dann von dort aus springen und drauf schießen. Schieß. Schieß die Wand kaputt, sodass er runterfällt. Und dann schieß ihn ab. Los, jetzt Feuer. Nice. Wir schaffen das. Oder du schaffst es. Schieß. Nice. Komm schon, du musst doch irgendwo hier noch einen befreien. Ich bin slow. Na links, na links, na links, na links. Na links, na links. Wow. Saugut. Granate runterwerfen. Du hast keine mehr. Doch, du hast noch Granaten. Werf Granaten runter. Mittlere Maustaste. Sehr nice. Boah, wie erschreit. Geh noch einen Schritt nach links und dann... Oder schieß ihn ab. Okay. Sorry, dass ich dir die ganze Zeit zu hart hier zuschreie. Ich mit Anweisung. Aber es ist so aufregend zuzuschauen, ey. Nice. Du hast das Level geschafft. Perfekt. Muss nur an die Leiter springen. Woo. And lastly, Betty for the win. Nice. Guck dir an hier. Bam, 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 bam. Also man merkt, ich bin ein Spieler, der langsam spielt. Und sich ganz vorsichtig rantastet. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Aber du gehst rein und willst einfach alles massakrieren. Ja, aber du machst es richtig gut, muss ich einfach mal sagen. Viel besser als ich auf jeden Fall. Naja, ich... Keine Ahnung. Warte mal, ich habe hier gerade den... Ah, okay. Warte, lass mich mal den Typen hier unten nehmen. Oh, danke. Wow. Verdammt. Vorsicht. Ja, danke. Wir leben beide noch. Hey, what the hell? Der Typ da unten. Nice. Okay. Ich gehe hoch. Vorsicht, die Hunde. Du hast das Schwert gehabt. Vorsicht. Ah. Okay. Du musst dich befreien jetzt. Bin ich das oder du? Ne, ich bin das. Oh, ich dachte schon. Du musst dich jetzt irgendwie... Da drüben kann ich dich wieder beleben. Was? Wieso ist der nach rechts gegangen? Hast du gut gemacht. Wieso ist der nach... Nein, Mission Fett. Aber ich habe nicht nach links gedrückt. Ich habe nach rechts gedrückt. Wieso ist der nach links gegangen? Ihr habt das gerade. Ihr habt zum Glück auch Aufnahme. Willst du den Typen haben oder... Weil hier unten können wir noch einen befreien. Nein. 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 Annihilation. Warte, warte. Lass sie landen. Lass sie landen. Du fällst gleich die Brücke. Nicht schießen hier. Genau wegen dem. So, okay. Da drinnen kannst du dir einen neuen Charakter holen, wenn du magst. Ich finde Snake ganz gut. Ja. Okay, ich gehe links, du rechts. Oder ich mache beide. Oder ich warte. Jetzt schieß. Schieß auf die... Nochmal. Nochmal. Nice. Und... Bam. Fuck, 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 fuck. Du hast es. Du hast es. Oh, verdammt. Okay. Okay, ich bin Robocop. Ah, man springt höher, wenn man gedrückt hält, die Sprungtaste, merke ich gerade. Das sollten wir uns merken für die Zukunft. Ja. Kommst du? Stimmt gar nicht. Also bei mir ist es so. Aber wieso konnte ich dann gerade so hoch springen? Ich habe gerade irgendwie so ein Salto gemacht. Hey. Kommst du? Ich denke immer, das ist eine Wand, aber es ist gar keine Wand. Oh, was? Und ich habe jetzt hier so einen Supergegner, oder wie? Pass auf, ich bin Sneaky. Vorsicht, der töte die. So. Vorsicht, der kommt gleich runter. Schieß. Nice. Very nice. Die da oben explodieren, ne? Pass auf. Und außerdem ist da oben noch so ein Supertyp. Vorsicht, du gehst höher. Arnold geht so hart ab, oder? Ja, man ist gar nicht so drauf vorbereitet. Sondern er geht, er rollt auch noch nach hinten. Ja. Von der Wurz. So geil, einfach nur. Du kannst, glaube ich, da kommst du drüber. Du kannst über die Bisserbrücke vorlaufen und dann rüber springen. Schluss. Amerika. Fuck yeah. Come and begin to save the motherfucking day. Fuck yeah. Freedom is the only way. Terrorists, yogi. Bis zum nächsten Mal.